Wir sind das Weingut Tobias Königer und wir sind ein Familienbetrieb. Wir machen Weinbau in der vierten Generation in Kabelrodig und ich habe mir gesagt vor 18 Jahren, ich mache jetzt in Zukunft meinen eigenen Wein. Und ab dann habe ich angefangen, Weine nach meiner Vorstellung, nach meiner Philosophie, meiner persönlichen Not und meinem Fingerabdruck selbst auszubauen. Meine Weine haben eigene Stilistik. Sie sind markant, sie haben Charakter, sie sind individuell. Von Anfang bis Ende. Vom Rebstock bis in die Flasche. Die Flasche.